ja leute herzlich willkommen zurück zum xpain 2 so ja ich bin doch hier auch nicht jetzt richtig oder ja ich bin hier reingesprungen hier und habe den dann runter geschossen und das war dann ein schönes ende das war ja gibt es ein bisschen zeug von denen? ok ja gut da könnte einer stehen hinter dem aufgestellten tisch ich denke mal runterspringen ist hier keine gute idee mache ich jetzt auch mal nicht sehr gut sehr gut Äh, ja. Hmm. Oh, shit. Oh, shit. Ups, mit welcher Taste mach ich das verdammt nochmal. Wäre ja cool, wenn man das mal geplant einsetzen könnte. Dass man ein Hotkey hat für Granaden. Verstanden. Das hier ist so eine nur über meine Leitensituation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand weg. Moin. Oh, holy shit. Oh, ich hätte die auch schön hochjagen können, ne? Ach so, was. Das wäre doch viel lustiger geworden, Mensch. Oh, schön zurück hier. Oh, das ist doch lustig. Die sind das. Alter. E-A-X. E-A-X. Ja, komm, wir erlauben uns mal den Spaß. Das hätten wir ja wahrscheinlich sogar eh machen müssen. Das ist mal krachen. Tja, ich hab wieder mal keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ne? Aber die war ja zu. Ich bin hier jetzt wahrscheinlich schon irgendwie richtig, ne? Wo war denn das? Hier ging's noch so hoch, ne? Ich glaube mal auch, dass das hier richtig ist. Oder? Kann man nicht hier hoch? Hm. Hm. Dann halt noch nicht. Also doch da runter. Na gut. Dann ist das so, ne? Nein. Nein, da rüber die Türe scheinbar, ne? Das eher... Ich muss mich hier aber schon irgendwie so lang basteln, ne? Ach du Schang, ey. Das ist ja mega, ja. Vlad hatte gesagt, Cornetti schaltet seine Konkurrenten aus. Hatten die Cleaner deswegen Vlads Waffenlager ausgeräumt? Der Raum war voller illegaler Feuerwaffen. Genug für eine ganze Armee. Mona, diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet. Absolut professionell. Von hier aus sieht das aber ganz anders aus. Was soll das heißen? Das ist auch ein kaputt. Das könnte gleich lustig werden, ja? Hier ist ziemlich viel explosives Zeug, so, ne? Oh, das kommt uns bekannt vor. Ich glaube, es hat hier irgendwas mit Aufsicht mit diesen Fahrstühlen, wenn ich da nicht weiter hoch wandle. Das war irgendwie offensichtlich. Ah ja, und jetzt erinnere ich mich auch. Hier war die Stelle, wo wir irgendwie dann stehen geblieben sind. Und dann hatte ich da mit der Capture-Karte. Eine Zeit lang haben wir da mich und mein Freund gehummelt. Tja. Gut, dann kommen wir hier jetzt einfach mal weiter. Oh no. Holy shit. Gute Frage, Max. Jetzt wird's interessant hier. Hm, sind Max da an eigenem Schlepperhurt beim Drehen. Tja, ist jetzt die Frage, muss ich jetzt irgendwie zurück, oder? Was ist hier am Bach? Hm. Was ist hier am Bach? Was denkst du, ich werde nicht ewig verstecken. Noch einer? Das ist die Frage, kann ich hier runterspringen? Kann ich. Okay. Ich gebe das aber mal zu. Danke für die Munition. Ja, das ist ziemlich gekrabt, ne? Hm. Joa. Ich melke mich mal an, dass ich da bin. Wahrscheinlich wieder irgendwas total Simples, aber völlig übersehen. Hier ist ja irgendwie keiner, ne? Die Munition ist ja auch nicht weiter. Hm. Oh, ich setze das Exit auf. Die Tür war zu. Das ist auch zu. Hm. Joa. Ja. Okay. Also, hier ist das so gut. Hm. Ein Karton ohne Sound. Die Tür da unten ist eventuell noch interessant. Hm, ich weiß ja nicht. Da gehen wir aber noch nicht wirklich hin eigentlich, oder? Hm. Pritze, Pritze. Irgendwas, irgendwo wieder übersehen. Geht der Fahrstuhl jetzt? Auch nicht. Ich meine, die kamen dann ja von hier. Ein bisschen Kleinkrieg. Das ist auch hier diese Waffe. Da war ich dann gerade schon drin. Hm. Das ist schräg. Tja, was machen wir denn da nun? Ja. Hepp. Gut, die Tür ist immer noch zu. Das ist immer auch schon eine Lange hier wieder im Kreis irgendwie. Ganz schräg. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wo kommen wir denn hier raus? Äh. Der hier. Schau. Das weiß ich auch nicht. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Irgendwie. Bis dahin. Ganz egal. Das heißt Mixed Paint. Machs gut oder besser. Untertitelung des ZDF, 2020